Wir sind beim dritten Tag der Berlin Opens. Gerade hat das Second Chance Schießen stattgefunden und wir haben zwei glückliche Gewinner neben uns. Also neben mir habe ich zwei glückliche Gewinner. Einmal Nicole im Compound-Bogen schießen. Du hast den ersten Platz gemacht. Und was hast du gewonnen? Zeig uns mal, was du gewonnen hast. Ja, ich habe einen Gutschein bekommen über 555 Euro. Ein Warengutschein für Archeries World. Das heißt, ich kann mir jetzt was auch immer ich möchte mir kaufen und die Idee geht schon so in Richtung neues Visier oder vielleicht ein schönes Fernglas. Also den Gutschein kannst du auf jeden Fall gebrauchen? Absolut, absolut, ja. Sehr gut, dann vielen Dank und viel, was sagt man, herzlichen Glückwunsch, sagt man. Genau. Und dann neben mir habe ich noch die Sanne. Die hat den dritten Platz gemacht im Recurve-Bogen schießen. Und man sieht, du hast einen richtig schicken Bogen gewonnen. Kannst du was mit dem anfangen? Der kommt in meine Sammlung, weil schießen werde ich ihn wahrscheinlich nicht. Ich habe einen schicken Bogen, der ist gut. Also den alten Bogen gibst du auch nicht ab? Nein, nein, der ist super und von daher, der trifft, also bleibt man dabei. Super, dann auch dir herzlichen Glückwunsch, noch einen schönen Tag. .